Hallo, grüß euch. Wir dürfen heute den Alois Zähleitner begrüßen vom Offshore J-Club Erlauftal. Alois, gefreut mich, dass du da bist. Was macht ihr genau? Ja, unsere Aufgabe als Verein ist, dass wir die Hochsee-Segler, die halt am Meer segeln wollen, irgendwie bündeln und denen eine Unterstützung bieten. Anfangen tut das mit einer Ausbildung, die wir anbieten, so alle paar Jahre, früher haben wir sogar fast jedes Jahr zusammengebracht, einen Ausbildungskurs, FP2 nennt sie das, fürs Meer. Da kriegt man die Berechtigung, eine Jagd zu skippern. Das ist einmal der Anfang, diesen Schein und dann bei Dörns Unterstützung, Beratung. Es gibt dann noch eine Versicherung durch unseren Verein, wenn es Rechtsschutzstreitigkeiten gibt mit Vercharterern oder bei Rechtsunsicherheiten, Vertragsunsicherheiten bei Charterverträgen etc. Dann machen wir Stammtische zum Erfahrungsaustausch, treffen wir sie, wird besprochen, wie die Dörns so greint sind, wo es Voraussetzungen gibt in verschiedenen Ländern und welche Sachen man beachten sollte, wenn man weiter wegfährt. Wie oft kommt ihr da so zusammen? Wir im Erlauftal haben einen monatlichen Klubobend, jeweils im letzten Montag im Monat. Derzeit sind wir beim Café Rosini in Burgste, weil das vorherige Gasthaus zugesperrt hat. Wie viel kommen da so zusammen im Schnitt? Naja, das ist ein bisschen unser Sorgenkind. Wir haben eigentlich 95 Mitglieder und beim Klubobend, dann sind es vielleicht fünf, zehn, fünfzehn. Wenn wir eine Veranstaltung haben, das heißt, dass wir einen Vortrag bieten können, zum Teil von Weltumsegler oder sonstige Erfahrungsberichte, dann haben wir auch schon Veranstaltungen mit 200 Leuten gehabt. Aber sonst bleibt das eher in dem Rahmen, wo man sich einfach bespricht. Darlös hat mir ja schon erzählt, dass das eigentlich nicht am Binnengewässer stattfindet, wie zum Beispiel der Artersee, sondern das eigentlich auf das Meer beschränkt ist. Ja, es gibt ein paar Binnensegler auch und manche machen halt auch einen kurzen, vielleicht einmal einen Tag am Binnengewässer oder sie haben vielleicht sogar ein Boot an Neuseglersedlingen. Aber das Hauptinteresse von uns besteht natürlich an der Seeseglerei, nennen sie das, wobei See in unserem Sprachgebrauch Meer heißt. Die meisten beginnen in der Adria zu segeln und natürlich wird das Interesse dann immer größer, und ich habe auch mal da in Ex-Jugoslawien angefangen so klein. Und ja, dann fährt man mal Malta oder Sizilien oder Irland bin ich dann auch schon ein paar Mal gewesen. Oder ja, dreimal Karibik ist dann schon eher das Traumziel für die Segler. Aber wir haben ein paar der beide in der Südsee auch schon geworden. Wie kann man sich so einem Segeltöhr vorstellen? Naja, für einen Mietsegler oder so genannten Badegast ist es relativ einfach. Der sagt, ich möchte mitfahren, zahlt seinen Obolus und ist dabei. Für einen Skipper ist das ein bisschen aufwendiger. Der muss einmal ein Boot organisieren. Da geht man zu einer Agentur oder zu einer Charterfirma und mietet für einen bestimmten Zeitraum eine Yacht. Da gibt es eine Anzahlung, einen Chartervertrag und nebenbei muss man sich dann noch um die Flüge kümmern, meistens, wenn man nicht gerade mit dem Auto in die Adria fährt. Das Boot übernehmen am Stützpunkt ist auch dann noch einmal so ein Job für etwa zwei Stunden. Da gibt es eine Einweisung durch die Charterfirma. Das Boot wird dann erklärt und dann noch Eigenheiten des Reviers. Dann ist der Einkauf zum Erledigen. Wenn man nicht mit dem Auto anreist und vielleicht von da etwas mitnimmt, muss man halt dann irgendwo einen Supermarkt auswendig machen. Aber das wird im Vorfeld meistens schon von der Charterfirma mitgeteilt. Oder man könnte sogar den Proviant schon vorbestellen, sage ich mal. Was nimmt man da so mit? Ein Proviant. Ja, das ist verschieden, je nach wie aufwendig man die Küche gestalten will. Wir haben schon wirklich Köche mitgehabt, die sehr viel Gewürze mitgehabt haben. Und die normalen Lebensmittel, man macht sich das Frühstück, wie es bei uns halt ist. Und zu Mittag gibt es irgendwas Kaltes und auf die Nacht geht man ja was Landestypisches essen. Man kann Sport ja auch machen und nimmt sich schon ein Erdäpfelkulasch von daheim mit. Aber das ist nicht mein Verständnis für Urlauber. Das heißt, fährt sich da am Abend eine Bucht an oder wie funktioniert das? Ja, entweder man ankert in eine Bucht, wobei ja eh schon die Ankermöglichkeiten speziell in Grazien sehr beschränkt sind. Da gibt es Bojenfelder, da sind einfach so Ankerbälle verankert am Grund und da macht man fest mit einer Leine an diese Bojenfelder. Und da zahlt man halt für eine Nacht einen bestimmten Obulus, zum Teil, was weiß ich, 50 Euro oder was, dass man da festmachen kann. Oder man geht in eine Marina, da hat man dann einen Liegeplatz, kann aussteigen ans feste Land und hat meistens eine Infrastruktur, da eine Stadt in der Nähe oder ein Restaurant oder die ganze Marina-Infrastruktur mit ganzen Sanitäranlagen. Das aus Turten kann man sich ein bisschen gemütlicher gestalten? Ja, das ist wie ein hoch gut ausgestatteter Campingplatz, sag ich immer, so ein Marina nicht, wo man Sanitäranlagen, Waschanlagen, Restaurant und alles zur Verfügung hat. Das kostet natürlich ein bisschen mehr, aber die meisten ist das wert. Manche wollen vielleicht jeden Tag oder jeden Abend duschen. Ich brauche das nicht unbedingt, dass ein bisschen das Salzwasser, das gut sich die haut. Wenn das draufbleibt, das Salz macht nichts. Wie lange ist da generell der Aufenthalt von bis? Das Übliche ist eine Woche. Eine Woche ist vom sozialen Aspekt auch ganz gut. Da kommt man noch ganz gut miteinander aus, auch mit solchen Leuten, mit denen man sonst nicht Urlaub machen würde. Vielleicht nicht. Aber wenn man 14 Tage unterwegs ist, wird es schon ein bisschen enger und da muss man sich die Leute, mit denen man fährt, schon vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Ich fahre gerne mit Neulingen, weil die alle so große Augen kriegen, irgendwann, wenn eine Windböe kommt und sich das Schiff umlegt. Und die erste Frage ist immer, kann das eh nicht runtergehen? Und dann sage ich, nein, das kann nicht runtergehen. Und dann sind sie ganz beruhigt und dann ist meistens alles okay. Wie viele sitzen da immer so beieinander, wenn sie hier segeln fährt? Verschieden. Eine gute Gruppengröße ist so fünf, sechs Leute. Ich bin mit zehn Jahren schon gefahren. Was kostet das circa, wenn man sagt, sind die Gruppengröße mit dem Boot, was man dafür braucht? Wenn man, ja, ein total ausgefallenes Revier, muss man rechnen für ein 45-Fuß-Boot. Das ist so circa 14, 15 Meter lang, vier Wochen. In der Nebensaison wird man vielleicht mit zweieinhalbtausend auskommen. In der Hauptsaison können sie auch 5 oder 5.000 werden oder mehr, wenn man ein ganz neues Schiff vielleicht hat. Und die Anreisekosten noch mit dem Auto in die Adra ist relativ billig. Aber es ist das Furzfliegen nach Griechenland auch. Wir sind letztes Mal voriges Jahr nach Corfu geflogen. Da haben wir bei einem Diskontflieger, ich glaube, 80 Euro gezahlt. Und dann hat man noch die Bordkasse. Aus der bestreitet man, es zahlt ja nicht jeder selber. Sondern da gibt es einen Kassier und der macht das. Da zahlt man einmal, was weiß ich, 300 Euro ein. Ja, wenn man nicht aufwendig lebt, kommt man davon und sonst muss man nachschießen. Man bestreitet daraus das Essen, die Einkäufe, dann die Benzin- oder Dieselkosten dann noch und Liegegebühren. In Capri haben wir voriges Jahr über 300 Euro gezahlt für eine Nacht. Das ist viel, was sonst vielleicht maximal 100 Euro zahlt. Aber da waren wir halt auf Capri. Das ist viel, was da ist. Wie ist das, wann wer Interesse hat? Wie kann man sich bei dir oder beim Verein melden? Da kann man sich, wenn man zum Aussehen gehen möchte, dann kann man sich bei den jeweiligen Regionalleitern. In Erlauftal bin das ich, in Amstetten ist das der Ernst Kienast oder in St. Pölten ist das der Helmut Bleischl. Und da kann man sich einfach erinnern und sagen, ich will Mitglied werden. Oder man geht ins Internet www.osig.at, macht auf und führt eine Beitrittserklärung aus und ist dabei. Kann man auch mal zu einer Info-Veranstaltung kommen oder zu einer Mitgliederversammlung? Wir sind froh, wenn wer zu einem Klubabend kommt und sich da was anhören will oder einfach was wissen will, dann sind wir gern bereit. Ist das quasi der Stammtisch oder ist das was Eigenes? Das ist ein Stammtisch und das ist vereinsoffen. Da kann jeder kommen, der mit der Seglerei was am Hut hat. Wir haben einen Motorbootfahrer dabei zum Beispiel. Die muss ich immer extra reinladen. Wir haben eh nur einen, aber der steht sich drauf, wenn ich schreibe liebe Segler und Motorbootfahrer. Sie freuen sich über jeden, also wenn wer Interesse hat, bitte beim Alois oder beim dementsprechenden Gebietsleiter melden. Ja, es gibt sicher viele Segler, die nicht organisiert sind und da ist sicher Potenzial da. Wenn ich so ein Meer bin und wir viel mehr da Österreicher unterkommen, die sichern nicht. Wenn man aussieht oder es gibt dann noch andere Vereinigungen, aber wir werden froh, wenn die auch bei uns dabei wären, ganz klar. Wir verzichten gerne auf 65 Euro Klubbeitrag. Dafür gibt es ja auch die Yacht-Revue und eine vierteljährliche Mitgliederinformation, das Logbuch und noch sonstige Informationen. Super, ich sage einmal alles Danke, dass du da warst. Ja, gerne. Danke, dass du uns so viel erzählt hast. Ja, ich gebe dir so viel zu erzählen, aber das würde den Rahmen sprengen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis bald. Pfiat euch.